In diesem Guide zeige ich euch, wo ihr die Quest Walnuss Schatzsuche bekommen könnt und natürlich auch, wie ihr sie abschließt. Die Quest findet ihr im Wald der Crocs. Damit man zum Questgeber hinkommt, geht man erstmal in den Dekobomb rein. An dieser Stelle nutzt man dann den Deckensprung. Der führt sogar zu einem geheimen Raum, wo man noch eine Nebenquest finden kann. Darum geht es aber in diesem Video nicht. Und wenn ihr in diesem Raum seid, nutzt ihr nochmal den Deckensprung, um nach oben zu kommen. Ihr könnt aber auch einfach außerhalb vom Dekobaum daran hochklettern. Habt ihr die Quest angenommen, müsst ihr zwei Waffen finden. Eine kann man über ihm finden. Und um die zweite zu bekommen, kann man einfach von hier aus rüber gleiten. Danach gebt ihr das Ganze ab und dann gibt es noch eine zweite Suche. Diesmal geht es um ein Schild. Um den zu finden, muss man erstmal runterspringen. Und gleitet dann zum Eingang vom Dekobaum. Denn nicht genau über dem Dekobaumeingang kann man den Schild finden. Danach geht ihr wieder nach oben und gebt das Ganze ab. Ihr bekommt dann neben den Sachen, die ihr jetzt schon gekriegt habt, sogar noch einen Waldbogen dazu. Wenn euch der Guide geholfen hat, würde ich mich für einen Daumen nach oben freuen. Und für mehr Zelda-Content einfach auf eines der Videos neben mir klicken. Haut rein! Wir sehen uns über supporting secrets.